Jo Leute, grösser euch, Mike spricht. Manche von euch glauben ja, dass wir YouTuber von Depressionen geschützt sind oder können ja umkehren. Da kann ich nur sagen, viel anzeige. Wir gehören alle der gleichen Spezies an, den Menschen. Und wenn ihr glaubt, dass eine Depression eine nicht ernstzunehmende Krankheit ist oder Zustand, dann sage ich nur, seid ihr froh, dass keine habt oder gehabt habt. Denn solche Leute haben keine Ahnung davon. Ich selber habe auch schon mal ein paar gehabt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und wenn man mal da drinnen steckt und wenn man mal eine hat, dann ist es gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Manche schaffen es ohne, dann wäre ich aber wieder mit professioneller Hilfe. Es kann jeden treffen, jeden Einzelnen, sogar die Tiere sind davor nicht geschützt. Also ich würde euch jetzt bitten, dass ihr in Zukunft aufpasst, was in eure Kommentare schreibt, egal auf welchen Seiten. Denn das kann die anderen Leute auch sehr, sehr schwer verletzen. Und die, was in meiner Depression gehabt haben, oder gerade in einer drinnen stecken, zu denen kann ich nur sagen, nicht aufgeben. Dazu möchte ich noch kurz einen sehr bekannten Spruch sagen. Wenn du glaubst, das geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein daher. Ich werde jetzt zwei- bis dreimal in der Woche ein Video machen. Und ich habe übrigens auch schon das iPhone X. Und ich kann euch nur sagen, es ist spitze. Es ist den Preis wert. Ich habe sehr, sehr viel Freude damit. Und noch dazu, die Gesichts-ID, also die Face Identification, funktioniert auch bei mir. Trotz meines Auges und trotz meiner Brille. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wollt. Ihr könnt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenkt. Und das nächste Video kommt am Dienstag. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder Abend, je nachdem, was euch das Video ausschaut. Für Dein Koppler! Euer Maik.